Ja, ich mache mich gerne nackig und im Prinzip habe ich schon fast alles erzählt, was ich in meiner Investorenlaufbahn so erlebt habe. Aber du hast es schon gemerkt, da ist das Wort fast. Und treue Zuschauer haben bestimmt schon bemerkt, dass ich das ein oder andere Mal erwähnt habe, dass ich mit Exporo ja gutes Cash und eine Dash verdient habe. Und heute packen wir mal diese Geldmaschine an. Und dabei könnte ich jetzt ein richtig cooles Video machen und könnte sagen, Mensch, Exporo ist eine tolle Plattform, investiert hier. Dann mache ich noch einen Affiliate-Link drin und ihr klickt dann drauf und ich werde reich. Doch wenn ich ehrlich bin, gibt es bei Exporo so viel Licht, aber es gibt auch Schatten. Auf der einen Seite sprechen wir hier von einer guten Möglichkeit, per Mausklick in echte Immobilien zu investieren. Aber auf der anderen Seite kann auch sein, dass aus dem Betongold das Gold rausfällt und wir auch ein bisschen Gold verlieren. Und lass uns einfach mal schauen, was aus meinen früheren Investitionen geworden ist und für wen sich Exporo überhaupt lohnt. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du 9% pro Jahr einsacken kannst, welche Vorteile Exporo bietet, ob vielleicht Exporo ein Scam ist und warum ich da wieder investiere, dann würde ich sagen, schnappe dir eine Buttermilch mit Kokosflocken und nach dem Intro geht es direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, also mal so Themen, die so Cash und die Dash bringen, wenn das genau dein Ding ist oder du zukünftig keinen authentischen Finanzkontent verpassen willst, dann fand ich schon geschehen, ja, lass ein Abo da und ich muss dir was gestehen. Und zwar ganz am Anfang meiner Investoren, ja, Laufbahn war ich prozentsüchtig. Und das heißt jetzt nicht, dass ich da einen Schnaps getrunken habe oder so, aber ich habe wirklich mal geguckt, wo kann ich die meisten Prozente rausbekommen. Angefangen hatte ich beim Sparbuch, damals gab es noch 4, 5, 6% und dann habe ich irgendwann mal angefangen, ich sage mal, mit Investitionen zu beginnen oder mit Anlagen, wo ich mich gar nicht so gut auskannte, aber ich dachte, Mensch, viele Prozent ist was Gutes. Also ich hatte ganz früher, da ging das noch, in Aux Money investiert. Also P2P, damals in Aux Money, das waren so 3, 4, 5%. Dann ging es über nach Mintos, also da gab es auch einige Prozente, teilweise 10 bis 12%. Und dann hatte ich so die Idee, Mensch, was ist denn das hier, das ist Exporo. Und da habe ich natürlich auch investiert, weil da wurden damals so um die 6, 6,5% versprochen. Und ich habe mich wirklich damals gar nicht so ums Risiko geschaut. Ich habe alles investiert, was hohe Prozente hatte, weil ich hatte ja so nur die Dollar in den Augen. Und Exporo war sozusagen meine allererste Investition, wo ich in Immobilien investiert habe. Also noch vor Reeds, vor der Wohnung oder vor, ich sage mal, Immobilien-ETFs oder was es da alles gab. Und ich muss gestehen, das habe ich damals eine ganze Weile laufen lassen, habe die Zinsen eingesackt und habe mich aber auch nicht so richtig darum gekümmert. Aber es war eine gute Investition. Und da ich mittlerweile schon mehrfach angeschrieben wurde, so nach dem Motto, Christian, was ist eigentlich Exporo, kannst du es jetzt empfehlen? Würde ich sagen, wir checken das heute mal. Wir gehen mal ins Jahr 2024, schauen uns mal an, was macht Exporo heute. Und ist es guter Cash für die Cash oder ist es eher so eine Immobilienkrise? Und dafür gehen wir heute mal wieder an meinen Bildschirm. Und diesmal habe ich keine Präsentation vorbereitet. Ja, und das Erste, was wir sehen, ist die Cashback-Rente. Und jetzt muss ich selber ein bisschen schmunzeln. Also ich habe mich nicht im Artikel vermacht, aber ich möchte unbedingt nochmal hier oben oder unten verlinken, den Artikel und das Video zur Cashback-Rente. Weil das ist eine Sache, da kannst du ohne finanziellen Aufwand, ich sage mal, ohne extra zu arbeiten, kannst du dir doch eine kleine Rente aufbauen. Einfach nur, indem du dir, ich sage mal, ein bisschen Cashback von den Sachen zurückholst, die du sowieso ausgibst. Und ja, ich kann das nur empfehlen, weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ich sage mal, der Artikel oder das Video des letzten Jahres, was doch sehr guten Anklang gefunden hat und wo auch viele, ich sage mal, sich schon viel Cash zurückgeholt haben. Aber jetzt geht es mal in Richtung Exporo. Und da gehen wir in den richtigen Artikel. Und da siehst du schon, Exporo 2024, 16% per Mausklick, die Abrechnung. Und die Abrechnung heißt, wir gehen das ganze Thema mal kritisch an, weil im Grunde genommen könnte ich jetzt ja alles über einen hohen Klee lohnen. Aber ich möchte es mal versuchen, so rational und ehrlich wie möglich rüberzubringen, dass du dir auch eine eigene Meinung machen kannst und dass du dann sagst, wenn ich dann investiere, weiß ich Bescheid, worin ich investiere. Oder wenn ich investiere, weiß ich Bescheid, so reich kann ich am Ende werden. Und die erste Frage ist, was ist Exporo? Und da kann ich dir erstmal, das verlinke ich auch in der Videobeschreibung, die zwei Artikel, die ich schon vor mehreren Jahren geschrieben habe. Also da habe ich dann mal erklärt, was ist Exporo? Meine allerersten Investitionen, wie hat das funktioniert? Also die sind schon ein bisschen angestaubt, aber die geben dir erstmal schon so ein gutes Gefühl oder ein Bild, worum es sich da handelt. Und wenn ich es jetzt mal aber kurz fassen müsste, ist Exporo, ich sage mal, eine deutsche Crowdinvesting-Plattform. Also Crowd hat jetzt nichts mit Crowd zu tun, was man isst, sondern Crowd, das ist die Menge von, also eine Menge von Privatinvestoren, ich sage mal, die zusammenkommen, um, ich sage mal, Projekte zu realisieren. Und das Schöne ist an der Stelle, du investierst dort in echte Immobilienprojekte, also die gibt es dann auch wirklich, das ist jetzt nicht irgendwas Virtuelles oder so. Und du kannst an der Stelle, ich sage mal, wirklich recht hohe Rendite einsacken und mit kleinen Investments starten. Also kleinen Investments heißt, ab 500 Euro ist es möglich, da sich zu beteiligen. Und das Gute ist an der Stelle auch, dass die Plattform wurde 2014 gegründet, das heißt ganz einfach, sie feiert jetzt 10-jähriges Bestehen. Also ich muss ehrlich gestehen, es gibt viele Fintech-Unternehmen, die, ich sage mal, wie Pilze aus dem Boden sprießen, aber die nach drei oder fünf Jahren nicht mehr da sind oder dann sich selber weggescammt haben. Und das ist bei Expo schon mal nicht der Fall. Das kann ich schon mal sagen. Und sie gehen auch so ein bisschen mit dem Trend. Jetzt geht das Ganze auch, ich sage mal, in die Möglichkeit, in erneuerbare, ich sage mal, Energien zu investieren, also so Dach, Solaranlagen und so weiter und so fort. Also sehr interessant. Finde ich schon mal erst mal so gute Daten, wo man sagt, Mensch, das klingt erst mal ganz vernünftig. Und jetzt ist noch die Frage, was ist eigentlich Crowdinvesting? Und Crowdinvesting ist eine, ja, Form des Crowdfundings, bei dem, ich sage mal, viele Investoren finanziell, ich sage mal, in ein Unternehmen oder in ein Projekt investieren und dann an den Projekten oder den Erfolg beteiligt werden. Und im Grunde genommen ist es so, und das kann ich auch ehrlich so sagen, ist Crowdinvesting ein alternatives und ergänzendes Investment zur Diversifikation. Das heißt ganz einfach, wenn du jetzt sagst, hier die 9%, das ist geil, ich stecke meine ganze Kohle da rein, dann ist es nicht empfehlenswert, weil, ich sage mal, wir wissen ja, Rendite und Risiko hängen eng zusammen. Und im Grunde genommen, ich habe es hier geschrieben, Crowdinvesting ist eine Risikobeimischung und korreliert nicht mit den klassischen Aktien- und Kryptokursen. Das ist schon mal gut. Und das Risiko ist auf jeden Fall vorhanden, weil, das ist so eine Regel, und die möchte ich immer wieder mitgeben, alles über Bankzinsen, also alles, was die Bank an Zinsen zahlt und was dann von den Prozenten drüber ist, ist, je mehr Prozente drüber, ein höheres Risiko. Also wenn ich jetzt ganz zurück erinnere an Juicy Fields oder My First Blend, also so die Investitionen, die, ich sage mal, mehrere hundert Prozent pro Jahr manchmal versprochen haben, extrem hohes Risiko, alles gecrasht, Geld ist weg. Und je höher die Prozente sind, desto höher ist das Risiko. Aber das Schöne ist, ich sage mal, dass Exporo kein Scam ist. Das kann ich schon mal sagen, weil Exporo ist der Wafin bekannt. Der Wafin hat auch schon mal, ich sage mal, so eine Strafe, also vor acht oder neun oder zehn Jahren gegen Exporo, ich sage mal, auferlegt. Aber in den, ich sage mal, Finanzdienstleistungsreporten ist Exporo, zum Beispiel auch mit Smarvo und Aux Money erwähnt. Und wir sehen auch hier, deswegen habe ich das Bild auch mal reingemacht, dass ja doch vier Prozent in solche Plattformen, solche Crowdfunding oder Crowdinvesting oder P2P-Landing-Plattformen ja investieren. Und das ist ja schon mal, ich sage mal, eine schöne Beimischung. Wir sehen auch oben, Girokonto, Sparkonto ist natürlich Nummer eins. Und dann folgen andere Investitionsmöglichkeiten und auch die Versicherung. Und ich möchte eins auf jeden Fall am Anfang erwähnen, und zwar, du hast eine Art, eine Art, es ist nicht genau das gleiche, aber eine Art, Emittentenrisiko. Das heißt, wenn alles schief läuft, kannst du auch deinen kompletten Einsatz verlieren. Ich sage mal ganz schön, das ist der Wirecard-Effekt. Also, wenn du mal in Wirecard investiert hast, da weißt du, wie sich das anfühlt, Geld zu verlieren. Und das soll uns ja, bei jeder Aktieninvestition soll uns das ja bewusst sein, dass man, ich sage mal, wenn man Geld in Amazon steckt, kann auch passieren, dass es in den Keller fällt. Die Chance ist gering, aber kann passieren. Und genauso ist es auch, ich sage mal, bei Exporo, wenn du dich dafür ein oder mehrere Projekte entscheidest, kannst du natürlich mit hohen Renditen rechnen, aber du musst auch damit rechnen, dass vielleicht auch mal alles schief geht. Ja, und jetzt ist die Frage, wie hat sich Exporo in den letzten 10 Jahren bewährt? Und ich muss ehrlich gestehen, als ich die Zahlen gesehen habe, das ist schon mal eine Leistung. Also für ein deutsches Fintech, also für eine deutsche Firma, sage ich jetzt mal, eine Milliarde oder 1,1 Milliarden vermitteltes Kapital, das ist schon mal richtig gut. Und im Grunde genommen ist es auch so, dass die Anleger, da habe ich mich auch erschrocken, wenn man mal eine Weile nicht so reinguckt, dann ist das schon enorm, geht dann doch auf die 40.000 Anleger ja zu, die, ich sage mal, eine durchschnittliche Jahresverzinsung bis letztes Jahr von 6,1 Prozent hatten. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Also 6 Prozent ist auch noch über alle Zinsen, die wir jetzt bekommen. Doch durch die Zinserhöhung in den letzten Monaten war auch Exporo gezwungen, sage ich jetzt mal, ein bisschen nachzuziehen. Und der aktuelle, ich sage mal, Zins, den du jetzt bekommst, so durchschnittlich, liegt bei 7,8 Prozent. Das heißt, die meisten Investments sind wirklich zwischen 7 und 9 Prozent. Und wenn du da jetzt investierst und ein Projekt, ich sage mal, abgeschlossen wird, dann kannst du mit durchschnittlich 7,8, also im besten Fall mit 9 Prozent Zinsen pro Jahr rechnen. Und das ist natürlich schon mal eine schöne Sache. Ja, und im Grunde genommen komplettiert dieses, ich sage mal, recht positive Bild auch meine bisherige Erfahrung. Und zwar, wir können ja mal mit der Zeit, in die Zeit zurückreisen. Und ich hatte vor einiger Zeit schon mal zwei Projekte bei Exporo ja investiert. Und hier siehst du einfach mal, was ich da investiert hatte. Das war einmal die Römergalerie und einmal die Weserstraße. Und das ist schon, da musste ich mich so ein bisschen erschrecken, das ist schon recht lange her. Also ich dachte, das ist jetzt vor 2, 3 Jahren gewesen. Aber da steht schon was von 2019, also mittlerweile doch vier bis fünf Jahre her. Aber im Grunde genommen siehst du auch, wie viel ich investiert habe und wie viel ich zurückbekommen habe. Ich habe insgesamt 1.000 Euro investiert und habe dann, jetzt muss ich mal überschlagen, ja, über 200 Euro Zinsen bekommen. Also hier habe ich es nochmal zusammengefasst. Im Grunde ist es wirklich so, dass ich 262 Euro und 82 Cent Zinsen bekommen habe. Also das machte damals einen sehr hohen Zinssatz. Und ich habe mir das dann auch so gerechnet, ich habe 1.000 Euro investiert und habe jeden Monat 7,17 Euro zurückbekommen. Also das ist schon mal eine Ansage. Und nach den zwei Jahren war es wirklich so, war ich zufrieden. Aber das Problem war, ich habe mich nicht mehr darum gekümmert. Also ich hätte mich dann vielleicht auch weiter darum kümmern können und hätte weiter in Projekte investieren können. Aber irgendwie waren dann so ETFs, Reads und alles interessanter. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch zufrieden. Und dieses erste Bild, was wir haben, ich sage mal Exporo, große deutsche Plattform, hat alles geklappt, gute Rendite, klingt ja erstmal gut. Und wenn wir noch dabei sind, bleiben wir mal bei den Vorteilen. Die will ich auf jeden Fall noch mal aufzählen. Und zwar, Exporo ist schon mal kein Scam. Also das kann ich sagen, Exporo ist eine echte Firma. Da ist auch nichts, wo Gelder eingesammelt wird und damit wird nichts gemacht. Im Gegenteil, die werden dann investiert. Und die BaFin, kann ich ganz ehrlich sagen, die hat auch schon mal Clinch gehabt mit Exporo oder umgekehrt. Und die mussten auch schon mal ganz vor einigen Jahren eine Strafe zahlen. Aber seitdem gibt es nichts mehr zu beanstanden. Also wenn die BaFin nicht vor einem, ich sage mal, Projekt warnt, wo es früher schon mal, ich sage mal, Probleme gab, ist da schon mal ein gutes Zeichen. Und die Tatsache, dass es wirklich echte Immobilienprojekte sind, bei einem war ich sogar mal vor vielen Jahren dann vor Ort und habe mir das auch mal angeguckt, zeigt dann, dass es kein Scam ist. Die schöne Sache und das ist der zweite Vorteil, ist, die Bank ist mit dabei. Also du bist nicht im Crowdinvesting und bist alleine mit anderen privaten Anlegern. Im Gegenteil, der größte Teil eines Projektes wird von der Bank, ich sage mal, finanziert. Das heißt, die Crowdinvesting-Teilnehmer geben, ich sage mal, noch ein bisschen was drauf, um es mal einfach auszudrücken. Und dann, wenn die Investitionssumme oder das Projekt die Summe zusammen ist, dann startet das Projekt und später, wenn es abgeschlossen ist, kriegen alle ihre Gelder zurück. Dann ist es eine erfahrene Plattform, das hat man heutzutage auch selten. Sie feiern zehnjähriges Bestehen und ja, es wird immer, ich sage mal, weiterentwickelt. Wenn ich mir vorstelle, wie die Seite am Anfang vor zehn Jahren aussah, das war doch so ein bisschen sehr einfach. Jetzt ist das Ganze schon ein bisschen in die jetzige Zeit gebracht. Es gibt neue, ich sage mal, Projekte, zum Beispiel die digital erneuerbaren Energien, in die du investieren kannst. und das ist natürlich auch eine schöne Sache und es gibt gute Renditemöglichkeiten. Allein die Tatsache, dass du zwischen acht und neun Prozent absahnen kannst, das ist schon mal eine Ansage und das lockt auch den Krisch an, bin ich ganz ehrlich. Also so neun bis zehn Prozent im Jahr, gefühlt erst mal relativ sicher, ja, das ist auch was für mich und was jetzt recht frisch ist, Expor besitzt eine ECSP-Lizenzierung. Also habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, aber hier habe ich dir mal das Zitat geschrieben, also mit der Schaffung einer einheitlichen europäischen Verordnung erweitert sich der Markt für digitale Plattformen deutlich. Künftig können auf deutschen Plattformen auch Projekte aus anderen der insgesamt 27 europäischen Mitgliedstaaten angeboten werden und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen ist jetzt nicht nur Deutschland allein, es ist ein Konglomerat und es agiert jetzt internationaler, um das mal so zu sagen. Und ein Vorteil, das hatte ich glaube ich auch, das war bei mir auch zugetroffen, ist, es gibt auch vorzeitige Rückzahlung. Also wenn ein Projekt dann schneller abgeschlossen ist als geplant und es ist dieser Tag erreicht und ja, es geht in Richtung Rückzahlung, dann ist es so, du wirst ja immer projektbezogen bezahlt. Das heißt ganz einfach, ist das Projekt früher fertig, kommt die Bezahlung oder die Zinsen oder die Rendite früher und ja, dein Durchschnittszinssatz ist höher und du kannst dieses Geld natürlich wieder nehmen und in was Neues investieren und es gibt auch die Möglichkeit, auch wenn das jetzt aktuell nicht möglich ist, aber es ist immer mal wieder möglich im Bestand zu investieren. Das heißt ganz einfach, du investierst wirklich in bestehende Projekte und kannst, ich drücke es immer mal einfach aus, ich will es ja nicht so kompliziert machen, kannst auch an Mieten und ja, Kurssteigerungen oder Gewinnsteigerungen partizipieren. Das heißt, du kriegst Mieten und wenn irgendwann später das Projekt verkauft wird zu einem gewissen, ich sag mal, Gewinnpreis oder mit Gewinn, kriegst auch davon was ab. Also wenn du das jetzt so zusammennimmst, so gute Renditemöglichkeiten, eine Lizensierung, vorzeitige Rückzahlung, ja, die Bank ist mit dabei, es ist schon 10 Jahre am Markt, geile Sache oder? Damit kann man doch das Geld voll investieren. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich möchte auch die Nachteile und Risiken aufzählen und eine Sache und das habe ich fast schon sehr oft im Mund genommen jetzt hier, ist wirklich das Risiko. Also du trägst ein moderates Risiko. Moderates Risiko heißt jetzt nicht, dass das Risiko frei ist, das ist Quatsch. Moderat heißt, das ist schon ein erhöhtes Risiko, wo dir ja bewusst sein muss, dass im Grunde genommen das Projekt entweder krachen geht, dass die Chance sehr gering oder dass diese Endfälligkeit, also wann das Projekt beendet wird, nach hinten rückt. Und wir wissen ja heute, wie das heutzutage beim Bau ist. Ich weiß es selber im Tiny House, ich kann es ja mal hier oben verlinken, es verzögert sich sehr oft was oder öfter mal was und wenn sich das verzögert, je länger das dauert, bis das Projekt beendet ist, desto mehr schmilzt dein Zinssatz und dann kann es auch sein, dass aus anfangs prognostizierten 9% Zinsen vielleicht nur noch 7, 6 oder 5% werden. Also damit musst du, ich sag mal, rechnen und wenn das Projekt komplett krachen geht, ja, dann gehst du an der Stelle mit krachen. Hier siehst du mal in der Übersicht die abgeschlossenen Projekte und da siehst du auch links und das ist sehr interessant, wie ist das mit der Rückzahlung? Weil man möchte ja auch wissen, von denen, ich glaube, über 500 Projekten wurden jetzt abgeschlossen und schon zurückgezahlt, also zum größten Teil zurückgezahlt, manche laufen ja noch, wie ist das Ganze? Und dann sehen wir, dass 52% und das ist cool, werden vorzeitig zurückgezahlt. Also das heißt ganz einfach, du investierst dein Geld, du kommst früher und die Rendite kommst früher zurück. Tolle Sache. Dann, ich sag mal, bei einem größeren Teil ist auch die Rückzahlung pünktlich bei 18%, aber dann haben wir doch schon einen Teil und das sind um die 30%, wo die Rückzahlung verspätet ist. Das heißt, da bekommst du weniger Rendite als am Anfang prognostiziert. Manchmal ist es so bei Expro, dass wenn die Rückzahlung verspätet ist, dass man noch so eine Art Kompensation bekommt, dass man jetzt, ich sag mal, nicht zu schlimm aus der Sache rausgeht. Aber man muss auch damit rechnen, dass wenn du zum Beispiel 1000 Euro investierst und das Projekt geht drei Jahre, das ist vielleicht auch ein bisschen länger als drei Jahre dauert. Nicht, dass du auf dein Geld dann, ich sag mal, dann angewiesen bist. Ja und dann siehst du noch, das ist zwar nur eine kleine Zahl und das ist Stand Ende 2023, soweit ich das weiß, ein Prozent ist komplett ausgefallen. Das heißt, von 100 Projekten fällt ein Projekt aus. Das klingt jetzt erst mal nicht so schlimm, weil das klingt jetzt erst mal wenig, aber stell dir vor, du investierst in ein Projekt 1000 Euro und dieses Projekt ist dein Projekt, dann ist die Kohle weg. Kann ich ganz einfach mal so sagen, ist einfach so. Deswegen sollte man, auch wenn man hier, ich sag mal, investiert, mit kleinen und mehreren Summen investieren oder, ich sag mal, das Ganze erst mal zum Test machen. Und auf der rechten Seite siehst du die aktuell laufenden Projekte, also auch Stand, ich sag mal, Ende 2023 und da siehst du, 88 Projekte laufen planmäßig. Man hat ja so eine Art Planung, an die man sich entlanghangelt und 12 Prozent sind schon, ich sag mal, überschritten. Das heißt, so 10 Prozent der zukünftigen Projekte werden auf jeden Fall verspätet stattfinden. Also das ist einfach mal so ein Beitrag, ich sag mal, zum Risiko, dass du auch das so ein bisschen einschätzen kannst und eine Sache kommt noch mit dazu und das habe ich hier extra mit aufgeschrieben und das ist der aktuelle Immobilienmarkt. Und da kriegt man jetzt mittlerweile mit, dass das hier in Deutschland oder vielleicht auch in Europa nicht mehr ganz so flutscht wie in den letzten, ich sag mal, Jahren aufgrund der hohen Zinsen, der hohen Baustoffpreise und generell, ich sag mal, der knappen Handwerker, ja, Möglichkeiten oder Dienstleister, die da vorhanden sind, ist es jetzt so, dass dann doch, ich sag mal, ja, ich will nicht sagen, der Wurm drin ist, das ist übertrieben, aber dass man so auf den Sektor Immobilienmarkt oder Immobilien auch so mit einem kritischen Auge schauen sollte und da nicht alles shiny ist. Auf der anderen Seite, und da bin ich auch ganz ehrlich, ist es auch so, dass auch Wohnraum gefragt ist. Also das Puffert das Ganze wieder aus. Wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen mehr Häuser, wir brauchen mehr Möglichkeiten für die vielen Leute hier im Land und somit ist man so in einer, ich sag mal, in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite ist der Immobilienmarkt angespannt und kann nicht bedient werden, auf der anderen Seite ist Wohnraum sehr gefragt und ich habe einfach gesagt, man spricht ja von einer Risikovolatilität. Ich weiß gar nicht, ob das so als Wort gibt, aber im Grunde genommen, wenn du bei Exporo investierst, kann das so richtig gut nach vorne gehen, kann aber auch, ich sag mal, geblockt werden oder auch, ja, in den Keller fallen. Also von 500 Projekten, das habe ich aufgeschrieben, sind 5, die in Insolvenz gehen und ja, stell dir vor, also ich übertreibe es mal ganz blöd, du investierst in 10 Projekte und 5 gehen davon insolvent, das ist natürlich auch nicht schön, aber du kannst genauso in 100 investieren, alle 100 laufen, vielleicht ein paar mit Verspätung und hast dann auch gute, sag mal, Zinsen gemacht. Das Einzige, was ich so, ich sag mal, blöd finde, bei solchen, also bei Exporo und bei anderen Plattformen ist, es handelt sich um einen Nachrangdarlehen. Das heißt, wenn irgendwas schief geht und der Cash kommt nicht mehr aus, der Cash, um das mal so zu sagen, dann werden als allererstes, ich sag mal, die Banken und Bauträger bedient. Wenn da noch Geld über ist, dann bist du als, ich sag mal, Investor oder als Anleger dran und da bleibt meistens nicht mehr viel über. Also im Grunde genommen, ja, du investierst mit kleinen Summen, aber musst auch damit rechnen, dass du als Letzter dran bist, falls was schief läuft. Und dann gibt es eine Sache und da bin ich ganz ehrlich und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich so lange gebraucht habe mit diesem Video, weil ich mich da noch mal belesen habe, sag ich jetzt mal, sind die User Feedbacks. Und User Feedbacks ist ja auch immer so, da bekommt man eine gute Information, wie läuft es aktuell auf der Plattform. Und ich kann aus meiner Sicht sagen, mein Feedback ist positiv, 100% meiner Projekte wurde gut abgeschlossen, ich habe meine Rendite bekommen, aber bei meinen zwei Investitionen ist das jetzt nicht repräsentativ. Aber generell kann man schon mal sagen, zu Exporo, und das ist irgendwann das Pro, dass ein Großteil der Kunden, ich sag mal, über 80% sind sehr zufrieden oder zufrieden. Also das heißt, im Vergleich zu, ich sag mal, anderen Plattformen, wie Bergfürst oder so, also ähnliche Plattformen, ist das nicht so. Also der Score bei Exporo ist immer noch bei Trusted Feedbacks oder bei Trustpilot oder wie das heißt, bei 4,2. Das ist ein sehr guter Score. Also das ist deutlich höher als Bergfürst, als manche Banken und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, und da ist jetzt der Hund begraben, wenn man das so sagen darf, ich sag mal, seit 2023, also seitdem die Zinsen ansteigen und seitdem die ganze Immobilien-Situation so verzwickt ist, ist die Quote der verzögerten Projekte erhöht und ja, die Verspätungs- und das Ausfallrisiko ist halt höher, als es das noch vor 5 oder 6 Jahren war oder wo ich investiert hatte genau und das zeigen auch die User-Feedbacks. Also im Grunde genommen gibt es dann auch die Feedbacks von gerade von den Usern, die dort investiert haben, die vielleicht in 3 Projekten investiert haben, da ist dann die Chance schon mal groß, dass sich dann 1 verzögert oder wenn du in 100 Projekte investierst, dass 1 ausfällt und dementsprechend sind auch die Feedbacks. Also diese kritische Situation am Immobilienmarkt zeigt sich auch in den Feedbacks und wir können ja mal jetzt auf Expo.de gehen, ich habe das jetzt gar nicht so richtig vorbereitet, aber wenigstens so ein bisschen und da gibt es irgendwo den Punkt Statistik, genau, und da kannst du wirklich drauf gehen und da siehst du wirklich ganz, ganz viele Zahlen. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, das kannst du auch selber machen, aber im Grunde genommen siehst du hier Informationen zum vermittelten Kapital und zum Wachstum, dann siehst du im Grunde genommen, wie sieht das aktuell aus, wie viele Projekte wurden finanziert, wie ist die durchschnittliche Laufzeit, wie ist das durchschnittliche Projektvolumen. Also das ist wirklich, ich sage mal, gut aufbereitet. Es gibt glaube ich sogar noch irgendwo eine PDF, die das genauer zeigt, aber im Grunde genommen steckt dahinter wirklich eine vernünftige Firma, die aber aus meiner Sicht ein recht hohes Risiko trägt. Und jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, soll ich in Expo investieren, weil 9% Rendite sind relativ gut. Ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt 100.000 Euro geerbt hast, dann investiere natürlich nicht die 100.000 Euro, weil das ist Quatsch, also das sollte man nicht so machen. Und da sage ich auch hier, das habe ich auch rot geschrieben, sorry Expo, das muss man klar sagen, also wenn du viel Geld hast, sollst du nicht das ganze Geld investieren. Aber es ist auf jeden Fall, ich sage mal, ein risikoreiches Investment, was deutlich besser ist als My First Plant, Juicy Fields, Robotics Online. Und man kann da an der Stelle gern mit einem kleinen Betrag investieren. Gern mit einem kleinen Betrag heißt ganz einfach, ich suche ja immer so verrückte Investitionsformen, ich sage mal, mit höherem Risiko, wo ich mal einen kleinen Betrag investieren kann, zum Testen, zum Gucken, ob das Ganze funktioniert. Und das ist, ich sage mal, so kannst du an der Stelle zur jetzigen Zeit Expo sehen, so nach dem Motto, ich würde sagen, als Test oder als kleine Nebeninvestition, aber nicht um, ich sage mal, passiv schnell oder mit großen Renditen reich zu werden. Das wäre die falsche Quelle. Und ich werde auf jeden Fall, das steht fest, weil ich suche gerade noch so eine Hochrisikoinvestition oder eine Risikorei Investition, ich werde auf jeden Fall noch mal investieren. Ich wollte es dir sogar zeigen, aber dann habe ich festgestellt oder wurde mir gezeigt, dass ich nach so vielen Jahren in Aktivität mich noch mal identifizieren muss. Aber wenn du jetzt sagst, Mensch, ja, das klingt jetzt interessant, ich will das Risiko mal eingehen, mit 500 Euro mal 9% rausholen oder so, dann würde ich sagen, dann mach wenigstens eins und jetzt kommt so der Werbeport in diesem Video, bin ich ganz ehrlich, dann klicke wenigstens auf den Link, den ich dir dann unten reinpacke, weil dann kriegst du für die erste Investition noch 100 Euro Bonus. Und wenn man das, ich sage mal, dann zusammenrechnet, dann hat man auf der ersten Investition, ich sage mal, dann nach 2,5 Jahren, wenn man jetzt in München investiert oder so, hat man dann 200 Euro auf die 500 Euro dazubekommen und das macht dann pro Jahr 16,5%. Das ist dann, ich sage mal, eine vernünftige Sache. Aber mein Tipp ist es dann, das wirklich erst mal wirklich zu testen, vielleicht den Bonus mitzunehmen und dann, wenn das Projekt dann funktioniert hat und du vielleicht den Cash aus der Tasche hast, also wenn du dir wieder die Zinsen rausgenommen hast, dann kann man ja ins nächste Projekt investieren. Also mein Bauchgefühl und mein rationales Gefühl sagt, dass man jetzt nicht zu leichtfertig ja immer wieder Cash reinpacken sollte. Man sollte so mit einem gewissen Risikomanagement, ich kann es dir mal hier oben verlinken, ich habe, glaube ich, auch mal ein Video zum Thema Risikomanagement gemacht, sollte man an der Stelle rangehen und dann kann man aber auch sagen, mit einem kleinen Betrag habe ich investiert, vermehrt sich, klappt alles fein, also der größte Teil, also der allergrößte Teil funktioniert ja auch und dann hat man ein paar Rendite gemacht. Man soll sich aber auch immer bewusst sein, dass es schief laufen kann und dass man dann vielleicht das Ganze so ein bisschen mit dem Immobilienmarkt im Hintergrund, ich sage mal, betrachtet und dann kann man ja mal eine Runde spielen. Ja und das war es von Expo in kurzer Form. Ich wollte unter 20 Minuten bleiben, ich bin mir sicher, dass ich es wieder nicht geschafft habe, aber du kannst ja gerne mal in den Kommentar schreiben, ob du vielleicht in Expo investiert bist, ob du da investieren würdest oder ob du vielleicht alternative Plattformen hast, wo du sagst, Mensch, Kruschen, schaue dir die mal an, was hältst du von der Plattform, also so Plattformen, die vielleicht entkoppelt sind vom Aktien- oder Kryptomarkt, die, ich sage mal, feste Rendite versprechen und wo die Rendite dann auch, ich sage mal, so 8, 9, 10 oder noch höher sind, schaue ich mir gerne an und wenn die Rendite zu hoch sind, kann ich auch mal verlinken, mache ich gerne einen Scam-Check und kann dir dann sagen, ob es ein Scam ist oder nicht. Jo, und dann würde ich sagen, das war es für dieses Video, ich mache jetzt auch den Expo, verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ja, und heute zum Schluss habe ich mal was Besonderes mitgebracht und zwar habe ich mir gedacht, dass es, ich sage mal, in Zukunft ein neues Format geben wird. Also ein neues Format heißt ganz einfach, dass ich andere, ich sage mal, Finfluencer oder finanzstarke Menschen, also die schon Erfahrung haben, die vielleicht auch mehr Erfahrung haben wie ich oder ein anderes Gebiet besser können wie ich, dass ich die einfach mal interviewe. Keine Panik, wird jetzt hier kein Interview-YouTube-Kanal, aber so einmal im Quartal, ich sage mal, eine Person zu interviewen, das könnte mir gefallen und da kann ich, glaube ich, so ein bisschen, ich sage mal, Cash von anderer Seite in die Test springen und ich habe jetzt schon das erste Interview durchgeführt und zwar mit der Dividenden-Leddy. Ich kann hier mal das Bild rechts oder links einblenden und das kommt in den nächsten Tagen und dazu mal die Frage, weil wenn ich dann schon einmal im Quartal jemanden interviewe, ich sage mal, so aus dem Finfluencer-Bereich, also am besten von YouTube, so YouTuber, die man kennt, die jetzt noch nicht zu abgehoben sind, also so vielleicht so zwischen 1000 und 50.000 Abonnenten oder so haben, ja, hast du eine Idee, wen ich wirklich mal auf dem Zahn fühlen soll, also so eine halbe Stunde Interview, wen ich mal mit, ich sage mal, verrückten Krüschern-Fragen löchern soll und wenn du da jemanden hast, wo du sagst, Mensch, Krüschern, den würde ich mal mit dir im Interview gerne sehen, dann schreib das mal im Kommentar, weil dann habe ich für das nächste Quartal vielleicht einen guten Kandidaten, den ich hoffentlich ins Interview bekomme und dann haben wir mal wieder ein bisschen spannenden Finanz-Content. Ja, wie habe ich es so schön im Interview gesagt? Ich labere ja auch immer nur das Gleiche und wenn dann mal ein neuer, ich sage mal, ins Interview kommt, dann haben alle was davon und dann lernen wir vielleicht noch ein bisschen finanziell dazu und machen ein bisschen mehr Cash in den Tisch. Ja, dann würde ich sagen, das war es für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.